herzlichen willkommen zu einer weiteren folge auf dem marsch folge um sieben heute dann bereiten wir eine kurze pause wir sammeln noch in den rest die datenballen ein und dann mal sehen dann wäre ein düngen angesagt für die wiese ansonsten müssen wir dann warten bis der hauptenreif wird unter uns ein paar malen klicken wir zusammen jetzt geht es auch noch von mir weg dann klein ein gut fast aus So, eine Runde fährt er noch. Bis hier sind zwei, eineinhalb. Mal schauen, was wir jetzt machen können. Wir haben alles. Der Hopfen ist noch nicht so weit. Jetzt Splatsch. Mal schauen, was wir jetzt machen. Aber ich glaube, wir können die Maschinen nicht raufbringen können. Mal schauen, was wir jetzt reparieren müssen. Reile, reile. Ist ja auch neu. Mal schauen, was wir jetzt machen können. Mal schauen, was wir jetzt machen können. Da war es nicht zu sehen. Getreide. Also hier, was ich hier. Mal schauen, was wir jetzt machen können. Mal schauen, was wir jetzt machen können. Da ist mein Grunder neu kaufen. Spaltungieren. прекropieren. Zum Beufgehen. überlegen und hinstellen muss ja durchfahrt sein das kasten noch 7000 verkauf die los das neue von fett geld habe ich 200.000 das würde mir aber 350.000 hätte aber 4000 da gibt es ein neuer neuer variante dann immer kredite auf große irgendwo stehen wo es We call him an object, what can everyone try this? Dann passt er hin. Ein bisschen drehen. ja straße durchfahren und hinten auslangen wir blöd hier wollte er, ja, das wäre eigentlich ganz gut, man kann wir sind eng zum fahren und dann mit dem Zaun dann soll es den Mut geben das wäre nicht so gut drehen geht auch darum, dass man da durchfahren kann im cosplay der spinnt dann garantiert drehen hier haben wir ein kuchen kurz hier rüber es soll wirklich einfach sein nur nicht kompetent C Jetzt ein paar Ballen aufladen und dann werden wir den Anhänger mitfahren. Ah ja, das ist alles verkehrt. Die Ballen fliegen wir noch auf. Kurz noch hochfahren, den Anhänger entfernen, die großen roten. Mal schauen, ob wir das Ding hier vorne gerade aus zu. Und hinten wieder ausfahren. Das wollen wir am besten. Dann fahren wir da rüber, um die Wiese. Ausnahmsweise. Dann schauen wir mal, dass da nix. Wie los ist es? Das große. Ne, drehen. Das wäre am liebsten. Und das auch blöd. Und da. Wegen abladen. Das wird bescheuert. Da. Da. Da ist drauf. Da. 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 Dann wollen wir nicht reinfahren. Ich weiß hier nicht reinfahren, oder sehe und weg, ne? Das werden ihr Probleme. traktor und weg vorne mit dem gebäuden Let's see. Let me back me. Back web. Let's back me. Das ist im Prinzip ein Nachteil, dass die Hallen entstehen, aber ich kann es ja nicht entfernen. Verziehbar erhalten wir die Patienten her weggenommen, nein theoretisch. Da wäre die Option da, ne? Gut, das Ding ist richtig, ne? Aber das, wie es aussieht, ja, das ist auch einfach. Da reiben wir noch zwei Wochen pro Tag. Ich probiere es nochmal, da geht es natürlich da nicht. Wey, wie los. Ein kleiner Silo wird vielleicht gehen. Das muss ja auch so grün sein, in Anführungszeichen, dass man auch gut fahren kann, ne? So wie da zum Beispiel. Ja, wenn wir da kommen und da verkaufen, das würde gehen. Gedreht. Das ist. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. so das musste optimal sein ein bisschen mehr schön langsam erschieben der könnte da gut fahren jetzt von hier an da ist auch fertig 800.000 liter das sieht gut aus jetzt auch platt zum voll machen das rohr können länger sein gut dann seid mal schüße und winke winke ich hoffe es hat euch gefallen die los steht das ist bereit für rocken und für ja und für hopfen dann sei mal schüße und winke ja bei bei